ein wunderschöner tag wir fangen den natürlich ganz toll an mit einem super frühstück italienisch spur würde ich sagen aber jedes mal wenn ich ein cornetto crema bestelle ist er anders und ich zeige ihnen einmal hier sieht man wirklich diese crema die da drin ist man würde ihnen sagen pudding aber es ist wirklich kein pudding ist es eine crema total lecker und überall wo ihr seid wird der anders serviert und da wollte ich euch das mal kurz zeigen wir sind gerade in verona und genießen natürlich unseren expresso und hier heißt er auch expresso wirklich sonst wo musst du schon kaffee sagen aber hier kriegt man den als expresso finde ich toll plus einen wundervollen crema ich wünsche euch guten appetit die hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020